Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3WideTV. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, ich bin der Niklas Wilhelmsen, fahre an den 2 Liter Hot Rod. Bin heute den ersten Renntag in der Klasse unterwegs. Vorher habe ich ein bisschen Erfahrung in den Stocker F2 Junioren gesammelt. Und ja, läuft ganz gut, würde ich sagen. Ja, ich bin Ben Weyers. Ich bin vorher die Juniorenklasse gefahren. Ich fahre jetzt heute auch das erste Mal mit dem Auto von meinem großen Bruder, der eigentlich sehr erfolgreich auch in den 2 Liter Hot Rods war. Und jetzt mal gucken, was das Tag so von sich gibt. Und wie lief der Tag bisher für euch? Also bei mir war es ganz gut. Der erste Lauf lief ein bisschen besser als der zweite, aber ganz okay. Also bei mir war der erste Lauf auch besser als der zweite. Aber dafür, dass ich von hinten gestartet bin, starf ich jetzt im Finale von der Mitte. Also es ist ganz gut gelaufen. Und wie rechnet ihr euch noch die Chancen aus für den Finallauf? Einfach mal fahren. Erstes Rennen, da muss man noch nichts Großes gewinnen, aber ich denke, wird lustig. Ja, ich denke auch. Also erstmal fahren, gut durchkommen und nicht sehr viel kaputt machen. Ja, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Ich wünsche euch viel Erfolg und danke für eure Zeit. Kein Problem. Immer wieder gerne. Ja, ich denke euch. Vielen Dank.